Hallo meine lieben Damen und Herren, willkommen wieder hier zu einer neuen Folge von Menno Sabot Let's Play Minecraft hier auf meinem Kanal. Man sieht, ich bin gleich am Sterben, aber es ist nicht so lange Nacht, deswegen kann ich jetzt auch was essen. Und wir sehen, wir haben ja jetzt mal noch diesen einen Solarpanel, das brauchen wir mal für das hier. Ach ne falsch, das hier, für das Basic. Wir brauchen jetzt noch die Stil-Dinger. Wir legen uns erstmal hin. Oh, da bin ich schon ein bisschen geflogen. Tut zwar ein bisschen weh am Kopf, aber gemütlich ist es schon. Also empfehlenswert für den Kopf. So, wir haben jetzt hier, Compressor, äh, so. Jetzt hier, Stil kriegt man einen Compressor mit jeweils hiervon und zwei hiervon. Gut. Wir brauchen ja nur, wie viel braucht man? Zwei, drei. Drei braucht man. Also doch noch den einen reinnehmen. So, so. Und so. Und so. Wir lassen den letzten jetzt hier so wegbraten. Okay. Ach so, ja. Nicht lange reicht der dafür. Aus. So. So. Ich finde das geil, dass man jedes Mal so viel Level bekommt. So, so. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Eigentlich müsste es hier reichen. Wenn nicht, fehlt irgendwas. Was fehlt? Keine Ahnung. Äh, die zwei hier. Und... Dafür gehen wir mal eine Etage weiter höher. Und einen Block. Okay. Ne, komm. Wir haben ja hier. Haben wir... Haben wir nicht. Nehmen wir auch sonst keinen Leih. Keine Ahnung. Wir haben für mich eh zu wenig Strom. Also brauchen wir den im Moment nicht. Fünf haben wir. Okay. Halt. Die wollte ich noch damit hochbauen. Dann Further schauen. Fernseherhend sind wir schon. Feierabend. Wow. What the fool. Okay, das ist wirklich. Das ist wirklich riesig. Alter. Ey, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so groß wird. Und, äh, die zwei können wir noch uns opfern. Ich glaube aber nicht, dass es reicht. Was? Einer fehlt jetzt. Maaaa. Einer fehlt, einer fehlt, einer fehlt. Der Kompressor, da braucht man, hier, guck mal. Hier kann man noch was rausholen. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir alles voll, jetzt müsste alles voll mit Strom sein. Ah, jetzt füllt er sich auf, das ist gut. So, jetzt können wir hier ein bisschen, na, basic eben. Ne, mal, können wir den noch jetzt mit anfeuern. Und, da müsste sich das hier, da müsste das hier eigentlich abgeben, wie eine Rakete. Juhu. Oh, tut mir leid, jetzt habe ich, äh, eine Zeit lang nicht geredet. Tut es mir leid,chen. Tut mir jetzt leid,chen, das habe ich genommen. So, ich würde mal sagen, äh, ich nehme hier wieder raus. Das hier lohnt sich auch nicht. Der füllt sich erstmal auf, der, äh, ja. Was kann man jetzt noch ansprechen? Wir sind schon bei sechs Minuten. Ist ziemlich krass. So, eigentlich würde ich jetzt mal runtergehen, gucken, ob wir nicht schon genug Dings gefarmt haben. Also genug Weizen, damit ich mir die Schafe überholen kann. Oh, Mist. Ist da einmal jetzt, ist da einmal wieder drinne? Ja klar, da einmal ist hier. Ähm. Den Eimer nehme ich mit. Damit wir, um uns die Farben jetzt aufbauen können. Wir haben jetzt zwar keine Schuze, äh, keine Hohu. Doch, die haben wir hier, die Höhen. So, so, so. So. Hop, 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 hop. eigentlich würde ich das Feld direkt hier vor der Tür anlegen, aber mitte ich nicht, das Ding ist ein bisschen rund, da müsste ich doch was haben, darauf habe ich doch keinen Bock, äh ne eigentlich wasser nicht, sondern müsste jetzt die Wings obbohren, ähm, das Gras ein bisschen, ja die Wies ein bisschen erweitern, das war das Wort, das es nicht kam, so, und jetzt kommt die Haube wieder dran, Oh, gut, jetzt gehen wir es mal hier, ähm, jetzt haben wir noch ein bisschen Holz formen und wir genug Holz haben jetzt, um uns einen Zaun zu bauen, für uns einen kleinen, kleinen Schäfchen, die wir uns hier holen, zwar ist das Rubberwoods wertvoll, aber wir haben hier tausend von Rubberwoods in der Nähe stehen, ich glaube, da macht das nichts aus, wenn wir jetzt mal kurz ein paar fällen, ja, obwohl wir hätten ja hier genug Holz, aber, ja, jetzt haben wir es so, aber, wir haben es, äh, falsch weg, also, Vorteil, das ist noch, die alte Mission, das heißt, die Zäune werden hier, so gebaut, wie ich sie kenne, ein Tor, hopp, vier haben wir noch, genau, perfekt, äh, wo ich sie zwar jetzt hin mache, weiß ich nicht, kommen wir nehmen uns hier die Schaufel und machen, die Kran hier einfach noch ein bisschen, ok, schnell ist es zwar nicht, so, Türschützer meckert jetzt nicht rum, äh, für den kleinen Platz, für die Schäfchen, aber, es muss reichen, ich bin arm, ich kann mich nicht leisten für die Schäfchen, das müsst ihr auch wissen, so, eigentlich brauchen wir hier nur zwei Schafe, damit können wir uns eine ganze Bevölkerung, anpflanzen, oh, hier waren die Schwein, die sind noch Schweinchen, das ist ein Schaaf, Schaaf, hm, Ok, wir nehmen vier mit, das ist auch gut, was uns jetzt ein Zombie oder sowas entgegenkommt, oh, das wollte ich nicht, Schäfchen, das wollte ich nicht, Schäfchen, schade, Konzentration, Oh, ich geh schlafen, Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft und ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, Angst, 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 Angst! Angst, Angst, Angst! So! Ich wollte Babywolle haben Babywolle Kilowatzen ist ein bisschen wollte dafür gehen wir doch noch mal dort hinter uns die anderen schaff schäfchen scheren die habe ich jetzt nicht keinen bock noch mitzuschleppen aber ich brauche eben wenn ich mir noch die restlichen kabel machen kann und ja schnippe schnappi hirchen ab wie ist das so kalt ja ich nehme dich auch mal mit der frau ist jetzt kein angst habe ich jetzt 15 wolle okay das ist das wirklich das ist genug ein marken viel aufgenommen schön schweinchen pg ist auch hier stehen zu wissen ach hier oben bist du da wird längern bei denen bauen wir noch ein bisschen kärbelchen so stück okay nicht ganz so viel wohl habe ich schon hier rausgenommen ein diamant haben wir noch und dafür haben wir ja auch die streams in den streams werde ich diamantenfarben geben also das ist wirklich für die leute die jetzt mal wieder die streams sehen wollen ich werde da links von gehen also ich werde nach dir suchen und hoffen dass ich welche finde denn ich brauche noch mehr solar panels und das ist ja das ist wirklich eins so wichtig die sachen die man jetzt so braucht abfüllen tut sich das nicht gerade schnell maximum power 40 f ja aber ich würde mal sagen wir sind bei 70 minuten angekommen wenn euch der fahrt gefallen hat gibt natürlich einen daumen nach oben so wie immer ich hoffe natürlich macht das immer wenn ich dann schreibt mir natürlich in die kommentare was man noch ändern könnte und einmal sagen ich sortiere jetzt noch ein bisschen die ganzen ärzte und nächstes mal sehen wir uns wieder mit sortierten kisten bis zum nächsten mal und ja man das aber auch und ciao ciao but … Bis zum nächsten Mal.